Und damit herzlich willkommen zurück zu Project Cars Wir begeben uns jetzt das erste Mal in das was seit Tagen auf dem Thopnail steht Nämlich in die Supercard Eine Runde Ok wir fahren ein Training, ein Qualifying, ein Sprintrennen und ein Hauptrennen WTF Ist aber alles sehr kurz 7, 5, 2 und 2 Ich würde sagen wir machen das jetzt einfach mal so Ich lass die Schwierigkeit auch mal da Weil Also was ich eben Ne Das Rennen aus dem letzten Part war ja schon wirklich schwer Auf der Schwierigkeitsstufe Oh mein Schaltsack ist ein bisschen im Sack Keine Sekunde Kart gefahren In den letzten Wochen Also weder im Spiel noch persönlich Keine Ahnung mehr wie so ein Supercard fährt Ich glaube die waren richtig, 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 richtig schnell Aber ich meine die waren wirklich richtig schnell Dubai Autodrom scheiße Das lenkt jetzt immerhin mal wieder wenn man lenken will Gefällt mir sehr sehr gut Kann endlich mal wieder ein bisschen höher drehen Wir werden mal gucken wo ich hier rauskomme Allerdings werde ich natürlich nur die erste Wobei ich weiß gar nicht Ich könnte doch theoretisch mal wieder das ganze ne Wir nehmen einfach mal wieder alles mit Ich meine es sind 7, 5 und 4 Runden 7 Minuten, 5 Minuten und 4 Runden Hallo Also Irgendwie 13 Minuten und 4 Runden Ich denke nicht dass 4 Runden so lang sein werden Also wenn sie 4 Runden 7 Minuten lang sind Ok Soundtechnisch bisschen anders als die Kart 1 Dinger Gefühlt auch langsamer aber es sind auch deutlich größere Strecken ne Leider keine Bremslichter dran Und nur 12 Gegner Möchte mal anmerken dass er mich einfach gerade komplett weggeschossen hat Klar ich bin auch übel in seine Spur gefahren Aber das ist ja jetzt nichts ungewöhnliches in so Rennserien Dass man da mal übel rein springt Ich muss ja auch zum Glück nur eine Rundenzeit fahren und nicht erster werden gerade Also nicht platztechnisch erster sondern nur Rundenzeiten technisch Dementsprechend sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger fahren Das sieht aber bisher alles ganz gut aus muss ich sagen Also es ist jetzt nicht so dass mir das übel schwer fällt Ich stecke ja erinnere mich extrem an irgendwas was wir in der normalen Kartliga mal gefahren sind Nur halt viel kleiner Hat einer die Strecke im Kleiner aber nachgebaut für die normale Kartliga oder wie? Kann natürlich sein Also würde natürlich Sinn machen Für die kleineren Karten sowas im Kleiner da zu haben Könnte ich mir durchaus vorstellen Ja das geht deutlich besser Karten fahren ist halt wieder etwas komplett anderes ne Ja das funktioniert ganz anders als die großen Karren Du kannst viel mehr Äh eng fahren und sowas Das ist ein viel geileren Schwerpunkt Natürlich quietscht hier alles nur Gerade sechster übrigens mit der Zeit die wir fahren Aber ich glaube wir sind knapp eine Sekunde schneller Ich denke da wird noch was möglich Und zwar ich denke nicht nur ein bisschen Aber das war jetzt schon Na ja das war nicht schneller ok Aber das war schon ganz gut Aber bei dem Manöver habe ich mich schon wieder geärgert Dass ich keine Kamera dabei habe um zu zeigen Wie ich am Wie ich am fuchteln bin Weil das war gerade schon wieder sehr wildes hin und her gefuchtel Easy Overtake Ganz bisschen langsamer Ganz bisschen langsamer Ich glaube ich könnte ein bisschen vor 50 Meter in der Bremse gehen Aber nicht viel Wobei das war ziemlich gut Das war sehr wahrscheinlich viel langsamer wegen der Ich bleibe jetzt mal in der 2 Ob das auch ok ist Das war sehr 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 schnell jetzt alles Keine Ahnung warum Also kann sein dass die zweite Fahrstufe Ist ja die Fahrstufe meine Fresse Da doch zweiter Gang key ist Das war sehr schön Wirklich gut fahren schafft man eine Runde Könnt ganz 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 knapp werden Aber jetzt langsamer ok Schade 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 Oh scheiße viel zu schnell herangegangen ok Ja ich glaube ich schaff doch nicht mehr die ganze Runde Wir sind nämlich schon eine halbe Sekunde langsamer Könnt halt wirklich eng werden ey Alter wirklich noch ganz knapp geschafft ey Nice Gut Ich würd sagen 1,6 Sekunden Vorsprung vom zweiten Ist gut Deutlich mehr als es sein sollte Wir dürfen als erster starten das gefällt mir sehr gut Das ist jetzt qualifying Also hier wieder eine gute Zeit fahren Dann haben wir einen guten Startplatz Und dann kommen jetzt zwei Fahrsachen Also ne hier einmal Sprint Und einmal rennen Keine Ahnung warum es beides gibt Aber scheinbar ist das wichtig aus irgendeinem Grund Ich hab keine Ahnung Eieieiei Ich hoffe es ist ein gutes Bild dabei gleich Beim Rennen Dass ich eine schöne Thumbnail machen kann Ich weiß gar nicht ob es auffällt Dass ich auf den Thumbnails immer das Auto der Rennserie mit drauf habe Die ich fahre Mir fällt gerade auf dass ich den Part den ich eben aufgenommen habe noch gar nicht hochgeladen habe Und den muss ich noch hochladen Und ich muss leider noch ein bisschen Witcher aufnehmen Denn äh sonst kommt heute kein Witcher Das? Das war Strecke geschnitten? Die anderen fahren da irgendwie immer richtig übel im Off Also das war jetzt Strecke geschnitten in der Arbeit Gut wenn die meinen Also hat keiner von denen jemals eine Rundenzeit gefahren Okay Das ist übrigens alles ganz schön hart immer Da über die Curbs rüber zu fahren Weil die Curbs schon relativ reinknallen Naja merkt man ja Vielleicht ein bisschen Hier sind die also Teilweise sind die nur aufgemalt und teilweise sind die halt wirklich hoch Kann ich optisch nicht so gut unterscheiden So also jetzt mal ganz ehrlich die Gegner fallen ja hier wirklich immer komplett im Off Ich möchte anmerken dass selbst die äh Streckenführung da lang geht ne Gott wir dürfen also überhaupt nicht irgendwo fahren Wir fahren nicht die schnellste Runde klar Wir haben bisher noch keine echte gewertete Runde Müssen wir jetzt mal gucken das war eine fahren Müssen wir jetzt mal gucken das war eine fahren Also noch alles fein Dürfte schon eine beste Rundenzeit werden denke ich mal Baum haben wir keine Rundenzeit gekriegt Also die Rundenzeit vorher war ja nicht gewertet weil wir geschnitten hatten aber die jetzt? Habe ich nicht verstanden? Habe ich eine Disqualifizierung übersehen gehabt? Oder ist das immer rundenübergreifend? Weil ich dachte mir nur so oh Gott dann muss ich noch eine ordentliche Runde fahren Aber jetzt muss ich noch eine fahren Zwei neue Bestzeiten für Sektoren Aber nur weil es ja keine gab Gut jetzt dürfen wir aber ne neue beste Rundenzeit fahren Easy Wir schaffen noch zwei Runden wenn ich will Okay scheiße Ich weiß immer noch nicht ob es hier besser ist Mitte oder Ohne also in Ersten oder in Zweiten durchzufahren Bin ich mir immer noch nicht ganz sicher Der leichte Dreher eben war auf jeden Fall eine Katastrophe Aber eine Chance kriegen wir ja noch Plus jetzt sind wir gar nicht nur so weit hinten ne 0,2 ist gar nicht so viel langsamer Also 2 Zehntel Gut wenn man vergisst zu schalten ist es natürlich doch wieder deutlich langsamer Und wieder vergessen zu schalten Und wieder vergessen zu schalten Das war jetzt auch wirklich maximal gefahren was geht in der Kurve Ich glaube das war gar nicht mal so gut angefahren aber okay Easy Ich glaube die ist schlechter als unsere Bestzeit im Dingens Aber das haben wir ganz gut gemacht würde ich sagen Unser Mail ist einfach mal auf dem 11 Weiß ich nicht 1,3 Sekunden langsamer ist okay Könnt ich hier in der Rennserie auf jeden Fall noch ein bisschen schwieriger einstellen So Na komm Wieso geht das Drehzahlmesser bis 20 wenn ich nur bis 15 drehen kann Also vermutlich weil das einfach ein einheitlicher Drehzahlmesser ist für alle möglichen Rennserien Tipp ich mal Ganz einfach Schon wieder in die 1 geschaltet warum auch immer ich das immer mache Ich muss sagen ich höre bei dem Motor nicht wenn ich schalten muss Wir müssen aber auch ein bisschen R8 scheiß fahren Da habe ich jetzt nicht unbedingt Angst vor aber da weiß ich halt direkt Das wird nichts Ich meine im Endeffekt ist das okay Man muss nicht immer alles gewinnen Vor allem ist es halt beim R8 unfair das kann ich legit nicht gewinnen Ich fahre jetzt schon nicht gegen die schwersten Gegner und trotzdem ist es für mich einfach nicht machbar Nicht realistisch zumindest Easy 5 Sekunden schneller Das war nahezu optimal würde ich sagen Das war wirklich gut alles Das war wirklich gut alles Entspannte 5-2 schneller Geilo Meilo Und dann fahren wir jetzt nochmal warum auch immer Drei Sekunden hinter mir Ne ich wollte nicht wiederholung ich wollte weiter 15 Punkte gibt es für die scheiße Und auf zum zweiten Rennen Fahre Er ist jetzt aus dem fliegenden Start Okay Warum auch immer War aber glaube ich in einer anderen Cardsaison auch so Merk mit euch Merk mit euch Also in den Cards kann ich auf jeden Fall auf 80% hoch stellen Ich denke im normalen Rennenscheiß auch Wirst du was drauf geschissen ich stelle die Autos aber auch ein Stück höher Ist ja nicht so schlimm Verliere ich halt noch härter Aber ich bin ehrlich also Ich denke das würde auch Niki verlieren Ich denke nicht das Niki das gewinnen würde Ja Weil die sind ja aber deutlich schneller Ich will mich jetzt auf keinen Fall hier als perfekten Rennfahrer darstellen Nicht mal im Simulator Fick dich Aber so schlecht bin ich dann doch nicht dass ich so hart abscheiße Ja überhob ich da einfach in der Innenbahn Das war jetzt nicht geschnitten okay Hochinteressant dass das nicht geschnitten war Aber okay Ich glaube den Anfang der Kurve mit dem ersten zu fahren Dann am Ende mit dem zweiten zum schalten Ist äh Noch schneller Easy Bin gespannt wo ich das schnellste gefahren bin Wirklich also wirklich wirklich gespannt Ja hier war 1,3 Sekunden hinter mir Das war auch gar nicht mal so viel Entspannte 20 Punkte gemacht Sehr sehr schön Wir sind in einer Im ersten Rennen das schnellste gefahren Dann im zweiten dann im Training und dann im Qualifying Qualifying die schlechteste Zeit Aber entspannt Dual Card Master Cup Abgeschlossen Sehr gemütlich Ich würde sagen Wir kehren zurück zur Karrierezentrale Gucken nochmal eben ob ich äh Eine Bronze Auszeichnung kriege ich selbstverständlich Und dann gucken wir nochmal im Posteingang Ja super Sieg Und 2 in Folge Sehr schön Beim nächsten Mal machen wir weiter Äh Mit dem Lotus Class of 86 Masters Cup Den letzten meine ich ist das Also das Finale des Lotus Class of 86 Masters Cup Ich hoffe es euch gefallen Vielen Dank fürs Zusehen Bis morgen Haut rein und Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss iz